Wir haben keine Liechtenstein-Bank, da brauchen wir nur eine Landesbank. Geld vernichten, dazu sind wir eigentlich gar nicht qualifiziert, aber nur manche haben die Gelegenheit. In der Finanz von der Landesbank, da macht der Verlustvortrag inzwischen einen ganz eigenen Geschäftsbericht aus. Und jetzt, jetzt muss ich sagen, da habe ich wieder eine Gemeinsamkeit mit Kevin Huber. Es gibt mir ungern zu sein, überhaupt noch nicht der Bayern anwesend. Offeniment, sonst kann ich diese Witze nicht machen. Also man sagt ja ungern, dass man was mit der Söhne dabei gemeinsam hat. Also, ich rede einigermaßen verständlich. Da ist mir der Krogli nur über ihn zu sehen. Aber was habe ich gemeint, der hat auch etwas nicht sagen können, obwohl er es gewusst hat, sagt er. Und er hat einen Anfrauer am... Aber was man sagen muss, er hat, wenn Sie aufzutragen werden, weil wir haben von Herrn Huber gesprochen und er hat mir in der Instagram gekommen und jetzt habe ich noch nicht von ihm gesprochen. Und... Und er hat mir gehört...